Mit der Nr. 3 ist die Papayette, die 4 Antje Rebic, mit der Nr. 9 Sebastian Leer, mit der Nr. 11 Bjarke Kinovic, die 19 David Abraham, mit der 20 Aguda Hasebel, die 22 Timothy Chetler, die 23 Martin Albus, mit der 25 Elina Costa und die 27 Marius Dolf. Auf der Wand bei den Gästen, als er sich in Fall wieder 37 Jan Zimmermann, die Nr. 5 Karlsson Fernandes, mit der Nr. 8 Karjovic, die Nr. 10 Fabian, mit der 13 Nr. de Salcedo, die 28 Damon Bartok und die 33 Albu Zabata. Dann begrüßen wir natürlich auch noch den Trainer der Gäste, Chefmann Stilin Hovac. So, meine Damen und Herren, die Aufstellung von Eintracht Frankfurt.